Scheiße Alter leck mich doch am Arsch und jetzt die mit unserem Gehuste aufwärtsam gemacht oder was ich werde alle Ecken wir könnten ruhig ein Zerrat auch der die Schuld vielleicht auf sich hier oben sehe ich keinem das macht ein bisschen Schiss Scheiße Alter die greifen uns aber nicht an das ist der Hauptmann alter die springen uns an leck mich am Arsch die tun uns ja gar nichts normales Fleischfresser ich hab mir die größte vorgestellt naja dann passt ja wenn wir uns nix tun dann passt ja das da die kann man sagen weckt mich doch am Arsch da da wir kriegen die nicht mehr los wir kriegen die nicht mehr los auch scheiße schützen die der hat Luft gefressen egal können wir vielleicht auf Bäume hoch also gut überlebt h mann schon wieder verreckt Mann 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 und das ist doch echt unmöglich echt fünf Sekunden Alter warum ist es so schwer warum ich hab schon viele Let's Play sein schaut warum erwischt es nur uns das gibt's doch nicht Mann 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 du echt toll wo sind wir jetzt wir sind nicht am Tal wir sind wir sind sogar in der Nähe vom Tal was denn da ist können wir da irgendwas machen nein ich will hier hin ich will jetzt zuerst mal kurz gucken was das hier ist Veloceraptor widerliche kleine Biester da oben ist eine Zentrale da oben ist ein Haus drücken sie eh was haben wir jetzt haben wir jetzt einen Stein oder haben wir jetzt einen Stein oder was haben wir jetzt aufgesammelt na gut was soll's ich würde gerne mal hoch doch nur weil wir es können und einfach nur weil wir gerade hier sind Alter wie riesig Alter wie da unten da ist die Insel oder da ist das Gebiet wo ich gerne hin würde möchte ich hoffe es nur dass wir auch kein guter Raptor oder weil es auch vertreten das ist es sieht aus wurde so was ich habe keine Ahnung es ist Mettel Alter ein drittisch bester praktisch werden wir Wachen vor zwei Wochen nach unten nach Hause oder so das wäre auch viel viel besser oder nicht oder doch oder wie in den Schaden mit die die jetzt kommen wir nicht hoch oder was willst mich verarschen wie riesig einfach mal die Insel ist wie riesig können wir dieses können wir eigentlich dieses Dings da eigentlich wegmachen geht das überhaupt können wir das irgendwie kalt so ok mit Tabulator ist er im Wald oder so? ne ne Paul die kommt jetzt hier hoch wie ich hab so wie wir gehen immer weiter zurück also was haben ich nicht mehr auf Einsatz gekommen bin sehr fremd dafür dann nach hoch zu können denn da hoch kommen die ja auch immer wir finden sich einfach nur mal die Elbkisch da das sind ich glaub wieder nicht, dass die kürzen ich hab wirklich noch keine Ahnung wir gucken mal aber naja, was bringt's, wenn wir schon mal hier sind? Rutscht nicht ab! Da kommt der Rutsch halt ab. Da muss ich wieder sehen, dass er schon mal wieder gesichert ist. Und da ist er recht. Nur da mal. Ich weiß nicht, warum? Was hat das denn jetzt? Also abgestattet, aber da kommt wirklich... Alter, das geht's mal weg. Okay, wir haben bis jetzt schon Uteraptor und Veloceraptor und ein Glyceratops. Also ein IHorn. Ich frage, was ist hier sonst noch? Für Rale 6 weiß ich, dass es den hier gibt. Und den weiß ich, dass es den hier gibt. Gibt's sonst jemanden wie Langhälte? Die im Traffi und Saures oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt einer von euch den Spelen Middletop. Ich hab keine Ahnung. Ich hab gedacht, wenn wir weglaufen, kommen wir hoch. Dann jetzt ein paar Diener untergegen. Dann haben wir vielleicht ein bisschen aus dem Haus. Aber es ist nicht möglich. Aber mit der Vorbereitung, dass man hier sicher auch hier finden kann. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und hier ist ein paar Diener. Ich vermöse nicht so sicher. Ich bin gerade ein paar Diener. In dem Wasser kommt. So, wir haben ein Geschwister, wir haben ja auch noch hier so, ein Ultimum, jetzt kalt können wir uns nicht sehen, das ist eine Schreiber, die wir sehen, die wir zeigen, um die Schreiber zu sehen, wie wir sehen, es sind uns nicht mehr, aber so wissen wir uns nicht was. So, ist es wie ein Giskas, es ist die Gerichte... Ein Giskas! das mein Gott verliert der Leben überhaupt nicht der so weit da war der von den Bart noch besser der war schon schädig so so äh ja also das ist doch echt schädlich aber ich liebe es ist einfach mega geil schon wieder mit Pflanzen da und da ich sehe das Wasser ich sehe das Wasser der Natur das Wasser der Wildnis so ähm ich werde die los die scheinweit weg zu sein ja 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 das ist eines der